Ach, hier steht ja Gras-Schrift. Nein, das steht aus kleinen Kondifären. Hauptsächlich, ist gar nicht zu kommentieren, weil das sieht man hier auch. Ach so. Und da wären wir schon erwartet. Von wem wären wir da erwartet? Wir stehen noch andere Idioten, die sich gerade aufrufen. Haben wir die nicht gerade gesehen? Die nicht interessiert sind an dem Bergdorf. Segar Musik Herr Schwede, lassen Sie es! Warum? Das Portrait des Künstlers bei der Arbeit. Ist doch gut! Der Künstler! Der Grand Artist, Monsieur Antoine Trinks. Wie heiße ich? Der Künstler! Der Künstler! Der Künstler! Herr Schwede, erschrecken Sie mich bitte! Gucken Sie mir mein Bild an! Nein! Guck mal da Schwede, filmt mein Bild! Ich finde es lustig! Ich finde es überhaupt nicht lustig! Das ist verhammer hier! Die Stadt oder das Dorf! Das ist so wunderschön! Da ist hier so... Da hat hier Musik, ich muss mal sehen, ob ich die CD von meinen Eltern kriege. Der Künstler, 22,50 €. Der Künstler, 19,50 €. Der Künstler, 22,50 €. Der Künstler, 45 Minuten. Oh, c'est joli, ça. Das ist der Toni, das habe ich mir schon gedacht. Hat dich schon jemand dafür gelobt? Ja, ich mich selber. Und die vorbeigehenden Touristen noch nicht? Doch, die haben gesagt, fantastic. Fantastique. Nein, das waren ja Engländer. Seit wann das Amerikaner, die haben von Kunst nämlich keine Ahnung. Das ist von dem hier. Das ist Kunst, was ich gemalt habe. Guck, es gelben sich die Farben. Das sieht aus wie bei Tina. Das ist von Tina? Ja, das ist der Berg. Und den Rest habe ich auch gefunden, weil ich nicht mehr wusste, was man sagt. Und das ist der Berg. Und das ist der Berg. Das ist der Berg. Ich schlauze. Das ist der Berg. Und das ist der Berg. D flip mir. Nicht, I forget my...